Sie hören »Die Tode des Tau« von Wesley Chu, aus dem Amerikanischen von Susanne Gerold und Simone Heller, gelesen von Johannes Steck, ein Hörbuch des Argon Verlags. Vergeltungsmaßnahmen Der Pfad eines Gefäßes ist von Toten gesäumt, und erst recht die Reise eines Quasing, denn nur ein stetiger Zyklus von Leben und Tod wird uns letztlich nach Hause führen. Huchel, Rat der Gengix, östliche Hemisphäre Quasing von König Salomo Das schwarze Auto schlich durch finstere, unbeleuchtete Straßen in den Außenbezirken von Washington, D.C. Jill Tan schaute durch die abgedunkelten Scheiben auf die düsteren, schneebestäubten Umrisse einer wie ausgewaschen wirkenden Welt. Das Treffen mit Andrews am Abend war schon wieder ein Reinfall gewesen. In letzter Zeit hatten sich viel zu viele Abende zu Enttäuschungen entwickelt. Und mit jedem Mal wurde ihr klarer, dass die Profis bereits mit einem Bein im Grab standen. Dass sie sich mit dem gerade erst gewählten Senator von Idaho zusammensetzen mussten, dem Vorsitzenden des nicht sonderlich angesehenen Trinity-Ausschusses, sagte einiges über die prekäre Lage der Profis in den Vereinigten Staaten aus. Wäre ihr Einfluss auf die amerikanische Politik größer, wären sie nicht gezwungen, mit solchen Flachpfeifen an der Peripherie des Machtapparats zu verhandeln. Jill wusste nur zu gut, dass sie in Schwierigkeiten steckten, wenn jemand wie Andrews ihr Bedingungen stellen konnte. Du hättest beim Poseidon-Gesetzesentwurf mehr Druck machen müssen. Seine Stimme ist den Sitz im Gremium einfach nicht wert, Batschi. Ich werde Wilkes oder die Profis nicht von diesem Frischling in Geiselhaft nehmen lassen. Wir haben den Befehl dafür zu sorgen, dass das Gesetz unter allen Umständen durchkommt. Wir sind auf die Ressourcen dringend angewiesen. Was bedeutet da schon ein Sitz für zwei Jahre? Ich werde dafür nicht Haus und Hof verkaufen. Damit schafft man nur einen negativen Präzedenzfall. Uns fehlen im Senat immer noch drei Stimmen. Die grabe ich schon noch irgendwo aus, murmelte Jill, während sie im Geiste die Fraktionsmitglieder durchging. Sie war nicht annähernd so zuversichtlich, wie sie sich gab, was Batschi natürlich wusste. Es war Jill einfach in Fleisch und Blut übergegangen, die Fassade zu wahren. In der Politik überlebte man nicht lange, wenn man Schwäche zeigte. Sie schaute wieder nach draußen. Das war typisch Andrews, ein Treffen an so einem Ort anzuberaumen. Er wollte nicht mit ihr gesehen werden, hatte er gesagt. Das würde seinem Ruf schaden. Für wen hielt er sich eigentlich? Das Treffen hatte drei Stunden gedauert. Und dabei hatte er sie nur hingehalten und unverschämte Forderungen gestellt, auf die sie, wie er sehr wohl wusste, nicht eingehen konnte. Die Verhandlungen mit ihm kosteten Zeit und Mühe, und Jill verlor langsam die Geduld. Sie schaute auf die Uhr. Es war 21.14 Uhr. Im Büro wartete ein Berg Arbeit auf sie. Sie konnte von Glück reden, wenn sie um drei ins Bett kam. Nun ja, ihr Privatleben war ohnehin nicht der Rede wert. Vielleicht solltest du noch mal über dieses Date mit Dr. Sun nachdenken. Er ist Arzt und dazu noch einer von Wilkes großen Spendern. Badji, ich weiß, was das Dr. Med vor dem Namen eines Kerls bedeutet. Der Mann ist langweilig, egozentrisch und vermutlich ein Soziopath. Und er hat Pranken wie ein Yeti. Hast du keine anderen Kriterien für die Partnerwahl, als dass sie Ärzte sind? Wieso? Das reicht doch. Das. Und dass sie keine Wirte sind. Das sind die schlechtesten Kriterien, die mir je zu Ohren gekommen sind. Von wegen. Schau dir doch Ron an. Er ist ein Wirt und kein Arzt. Und was hat es dir gebracht? Jill brummte missbilligend und widmete sich wieder ihrer Arbeit. Ihr persönliches Alien mochte die Weisheit und Bildung aus Jahrtausenden besitzen. Aber als Kupplerin gehörte Badji eindeutig ins 11. Jahrhundert. Jills durchschnittliche Trefferquote in Liebesangelegenheiten war in letzter Zeit regelrecht verheerend gewesen. Allein schon der Gedanke, sich mit jemandem zu treffen... Jills durchschnittliche Trefferquote in Liebesangelegenheiten war in Liebesangelegenheiten war in Liebesangelegenheiten. Jills durchschnittliche Trefferquote in Liebesangelegenheiten war in Liebesangelegenheiten war in Liebesangelegenheiten war in Liebesangelegenheiten.